Wir haben in den letzten Wochen und Tagen erlebt, wie rasant die Neuinfektionen mit Corona in unserem Bundesland wieder gestiegen sind, wie viel Neuerkrankte es gegeben hat und gibt. Wir haben natürlich Tag für Tag dieses Geschehen analysiert, immer auch in Abstimmung mit Experten und versucht, Schritt für Schritt auch das entsprechende Schutzniveau zu erhöhen. Es war natürlich so in all diesen Wochen und Tagen, dass sich viele an uns allen, auch an mich gewandt haben, in Gesprächen, in Zuschriften, in E-Mails. Den einen war es zu langsam, den anderen zu schnell, manchen zu wenig streng, den anderen wieder zu streng. Natürlich ist in so einer Ausnahmesituation eine gewisse Divergenz, auch eine Spaltung durchaus im Lande feststellbar. Gerade da ist es aber Aufgabe der politischen Entscheidungsträger, auch Aufgabe des Regierungschefs, Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir getan und tun es auch jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Wir leben jetzt schon in Oberösterreich mit sehr einschneidenden Maßnahmen. Ich darf nur in Erinnerung rufen, seit voriger Woche 2G zum Beispiel für Betreten des Gasthauses, 3G am Arbeitsplatz und in Oberösterreich seit Beginn dieser Woche Veranstaltungsverbot für die allermeisten Bereiche, geschlossene Nachgastronomie, FFP2-Maskenpflicht im Innenraum. Dennoch reichen all diese Maßnahmen nicht. Die sogenannte vierte Welle von Corona baut sich leider immer höher auf. Der Zuwachs an den Neuinfizierten jeden Tag ist zu hoch und die Wirkung der bisherigen Maßnahmen ganz offensichtlich zu gering. Weil vor allem die Situation in den Spitälern immer angespannter wird. Wir haben dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Monate in extremer Ausnahmesituation arbeiten. Für uns alle, für alle, die krank werden und deren Leben sie ringen. Die sind an einer Belastungsgrenze und manche sicher schon auch darüber. Daher auch hier heute wieder einmal und noch einmal ein Danke an all jene, die hier für uns arbeiten, über sich hinaus wachsen. Wir brauchen sie auch weiterhin. Wir wissen aber auch, dass auch ihr Schutz ein ganz wichtiges Argument ist, um entsprechende Schutzmaßnahmen für alle zu setzen. Weil wir nicht zulassen können und wollen, dass unsere Spitäler, vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, überlastet werden. Sie wissen es, nach vielen Gesprächen habe ich heute auch im Landtag angekündigt. Wenn es morgen in der Runde zwischen Bundesregierung und Landeshauptleuten zu keinem bundesweiten Lockdown kommt, dann wird es ab kommenden Montag in Oberösterreich gemeinsam mit Salzburg einen mehrwöchigen Lockdown geben. Wir haben den ganzen Tag die letzten Stunden genutzt, um uns in Oberösterreich abzustimmen. Städtebund, Gemeindebund, Expertinnen und Experten, auch mit den Sozialpartnern, auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg und vor allem auch mit dem zuständigen Bundesminister. Es wird morgen Abend der Hauptausschuss des Nationalrates tagen, um eine Verordnung des Bundesministers, die er für Oberösterreich und Salzburg erlassen wird, auch entsprechend zu genehmigen, der dann den leider notwendigen Lockdown auch für unser Bundesland ab Montag in Kraft setzen wird. Das ist natürlich eine weitere massive Einschränkung, aber wir sehen es als einzigen Weg, um den größtmöglichen Schutz möglichst schnell zu erreichen und dann hoffentlich auch sehr bald wieder zu den maximalen Freiheiten für uns allen zurückzukommen. Es ist ein Lockdown, der das soziale Leben drastisch nach unten fahren wird, der vor allem auch unsere Kontakte sehr reduzieren wird. Es ist, wie wir das aus den bisherigen bundesweiten Lockdowns kennen, de facto eine Ausgangsbeschränkung für alle mit gewissen Ausnahmen, um eben zur Arbeit zu kommen, um wieder von der Arbeit, um die Grundgüter des täglichen Bedarfs einzukaufen oder auch um die körperliche und geistige Erholung einzeln zu haben. Alle Bereiche, die den Handel betreffen, die die Gastronomie, die Hotellerie betreffen, das Veranstaltungswesen sind zu schließen. Es gibt natürlich den Handel mit den Lebensmitteln, die Apotheken und es gibt die Berechtigung, ein Takeaway und ein Click und Collect in den entsprechenden Bereichen einzurichten. Gleichzeitig bleibt natürlich aufrecht am Arbeitsplatz die 3G-Regelung und in Oberösterreich die Maskenpflicht, die FFP2-Maskenpflicht, die wir bisher eingeführt haben. Ein besonderer Bereich sind die Schulen. Die bleiben offen nur für jene, die sie dringend brauchen. Wir sehen, dass insbesondere auch in den Schulen massive Infektionsgeschehen stattfinden und wir möchten nicht einen generellen Lockdown dadurch gefährden, dass wir ihn durch einen besonderen Herd sozusagen konterkarieren. Da geht es auch um den Schutz von uns allen, aber auch von den Jüngsten und unseren Kindern. Also Schulen nur für jene, die sie auch in diesen Wochen brauchen. Natürlich trifft das jetzt wieder viele Wirtschaftsbereiche hart, leider. Wir haben daher auch mit dem Bund besprochen, dass es die entsprechenden Hilfen geben muss. Die sind verhandelt, werden verhandelt. All jene Unterstützungen, die die Branchen, die bisher schon von Lockdowns getroffen waren, wird es auch weiterhin geben. Wir haben das insbesondere heute mit den Sozialpartnern besprochen, auch mit dem Herrn Finanzminister. Und es wird morgen eine Information des Wirtschaftslandesrates mit den Sozialpartnern geben, eine Pressekonferenz, wo die entsprechenden Einzelheiten der Unterstützungen auch vorgestellt werden. Auch für den Kulturbereich ist natürlich klar, das habe ich schon angekündigt, dass es die Unterstützungen, die es im Land gibt, ergänzend zu denen des Bundes weitergehen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir gerne sagen würden, wie wirkt sich der Lockdown aus und wann ist er zu Ende? Es ist klar, er hat das Ziel, die täglichen Zuwachszahlen massiv nach unten zu bringen und die Spitäler vor allem wieder in eine Situation zu bringen, dass sie mit unserem gesellschaftlichen Leben und mit der Herausforderung Corona umgehen können. Die Wahrheit ist daher, ich und wahrscheinlich niemand kann einen wirklichen Schlusspunkt dieses Lockdowns reinen Herzens nennen. Was wir aber tun können und darum bemühen wir uns gemeinsam, dass wir spätestens eine Woche vor Weihnachten, am 17. Dezember, Klarheit schaffen, ob es zum Beispiel für Geimpfte einen Ausweg aus dem Lockdown geben kann, ob es weiter einen Lockdown geben muss oder ob wir ihn generell beenden können. Aber aus jetziger Sicht wäre es einfach unverantwortlich, hier wirklich schon einen Fixzeitpunkt zu nennen. Klar ist aber, dass wir den Lockdown natürlich nur so lange aufrechterhalten werden, wie wir ihn auch unbedingt brauchen. Gleichzeitig, sehr geehrte Damen und Herren, ist es aber auch klar, dass wir mit der Impfung vorankommen müssen. Es werden auch in der Phase des Lockdowns alle Impfangebote, die niederschwelligen Impfangebote weiter betrieben. Wir werden selbstverständlich das Impfen auch schon nach vier Monaten, was den dritten Stich anlangt, möglich machen. Und wir werden bei guter Beratung den Eltern, die das für ihre Kinder wollen, auch den Kindern den Zugang zur Impfung ermöglichen. Weil vollkommen klar ist, so wichtig es ist, dass wir jetzt eine Akutmaßnahme setzen, genauso wichtig ist es, dass wir mit der Impfung vorankommen, wenn wir nicht immer und immer wieder mit Ausnahmesituationen wie der jetzigen in den nächsten Monaten und Jahren leben wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, das ist eine Situation, die sich keine und keiner von uns und auch niemand in der Bevölkerung gewünscht hat. Es ist aber eine, wo wir jetzt verantwortungsvoll handeln müssen. Ich bedanke mich, dass das in Oberösterreich in diesem Einklang auch geht. Und ich bitte auch alle Landsleute, diese durchaus schmerzlichen, aber hoffentlich zielführenden Maßnahmen mitzutragen, damit wir unsere Gesundheit schützen, möglichst schnell aber auch wieder zu großer Freiheit zurückkehren und vor allem aber auch die Wirtschaft, die sich jetzt in einem Aufschwung befindet, auch so schützen, dass vor allem die Arbeitsplätze gesichert bleiben.